Herzlich Willkommen zur Eröffnung im Autohaus Klaus. Die Welt ist ein Autohaus und das Leben ist der Hit. Ralle Keuchel im Autohaus Klaus. Was ich dich zum Herzen anzeige. Eine Stimme zum Anlehnen, ein Mann zum Anbeten. Lasst uns gemeinsam in Wohlklängen baden und das Leben genießen. Sie kennen ihn alle. Ich sage nur, meine Süße, deine Füße. Das Lachssteak mit der Spargelcreme-Stimme. Ralle Keuchel im Autohaus Klaus. Die Welt ist ein absoluter Ausnahmekünstler. Er schafft es mit seiner Musik Räume zu öffnen. Dass er sich beim Hören seiner Lieder erweitert fühlt. Wie ein kleiner Kurzurlaub, weg vom Selbst. So sollte Musik sein, wie ein Auto eben. Man vergisst seine Sorgen und Nöte und lässt sich treiben. Vielleicht wäre das die Lösung für alle Probleme dieser Welt. Alle Ralle Keuchelwelt. Und natürlich mit dem passenden Auto dazu. Grundsätzlich bin ich zunächst einmal ein positiver Mensch. Ich glaube, dass es sich lohnt, um zu dem Person von brauchbaren Kosten-Nutzen-Verhältnis. Positiv ist Erfolg, es schaffen, die Möglichkeit haben zu haben. Ich will ein schönes Kleid, ich kaufe mir ein schönes Kleid. Ich will auf diese Schellen, boom. Klar, man kann es sein Glück sicherlich auch manchmal in der Ruhe finden. Ich habe da mein Meditationsseminar mitgemacht. Aber das ist auch nur ein Mittel, ein weiteres Mittel, um sich eventuell gut zu fühlen. Wer nicht genug verdient, der meditiert eben. So ist das, ne? So hat das Ralle Keuchel vorhin auch gemacht. Ich singe ein Lied, ein Lied, obwohl es schon über alles Lieder gibt. Sing ich ein Lied, sing ein Lied, noch ein Lied. Es geht in diesem Lied, darum, dass es schon über alles Lieder gibt. In diesem Lied, in diesem Lied, in diesem Lied. Ich singe mit viel Kraft und Leidenschaft. So jetzt aber hier, ja? Sei glücklich, jetzt wird weitergefeiert. Und wer trübselig guckt, wird erschossen. Wer nicht lacht, den steckt die Augen auf. Ist das klar? Ob das klar ist? Und wer nicht... Wer nicht.